Das Warten hat ein Ende. Endlich ist es soweit. Nach über vier Jahren können wir uns freuen auf die zweite Staffel von Captain Tsubasa 2018. Wann es soweit sein wird und was wir erwarten können, wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Komm mal war Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Endlich ist es soweit. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde bestätigt, dass Captain Tsubasa 2018 die zweite Anime-Staffel erhält. Wir mussten also nur knapp vier Jahre warten und das Besondere ist hierbei, dass es bereits in diesem Oktober soweit sein wird, denn dort wird es im japanischen TV ausgestrahlt. Die zweite Staffel trägt den Namen Captain Tsubasa Junior Youth Arc und wird vom Studio Kai produziert, die unter anderem für die Serie Skeleton Knight in Another World zuständig war. Ja, extrem krass. Wir können uns auf jeden Fall schon auch einige Bilder und Eindrücke bilden, denn der erste Trailer zur zweiten Anime-Staffel ist ebenfalls endlich da. Link zum Trailer ist übrigens auch unten in der Videobeschreibung, solltet ihr unbedingt abchecken. Ob und wann der Anime dann mit deutscher Sekundisation rauskommt, ist bis dato noch unbekannt. Falls es da Neuigkeiten gibt, werdet ihr auf jeden Fall informiert. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Agai. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Agai.